Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zur ersten Leuchtvorwerksmischung mit Apple Explosion 975 und ja da haben wir ein bisschen was zusammengestellt bisschen Kat 1, Vulkane, paar leise Sachen und fangen wir mal an was möchtest du denn Mach mal so diesen Wirbel ein, den brauche ich Na Luft am Besten ne? Ja mach das Denk jetzt nicht an Das Belastet geht ja schon mal gut los Mach mal Leuchttaler da unten Baust du so alle hintereinander weg Verteil die mal so Ja Immer wieder geil Wir blenden ein Machen wir so nen Vulkan Das sieht hier irgendwas aus Na mal die schöne Gießkanne hier Aber ich los die paar Kometen Gucken wir mal was da da rauskommt Pfff Da bin ich noch kurz gefeiert Boah ganz nett Lustige Idee Und ja Da haben wir was Knalliges hier Ja ein Frösche Frösche haben wir dabei Das ist jetzt nicht wirklich Leucht Aber Ja, waren trotzdem mal mit ne... Knallen wir heutzutage eh nicht mehr so gut. So ein bisschen hüpfen so. Ja. So. Könnt ihr hüpfen ganz gut auf der Straße, wenn sie wollen? Ja. Dann machen wir so. Röhli? Ja, erstmal eins machen. Die Panda sind jetzt nicht, glaube ich, die Besten. Oh, wir haben ganz schön Knicker. Hä? Da kommt ab und zu gar nichts. So. Jetzt machen wir nochmal alle. Drei auf einmal. So. 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 Dreifach macht es doch schon mehr Spaß. Aber viele zünden halt auch nicht wirklich, ne? Ja, genau. Machen wir sum sum. Genau. So. Hoffen wir jetzt, dass die vielleicht ein bisschen hochfliegen. Unser Korn ist nicht der Beste hier dafür. Ich sag mal, da sollten die hochfliegen. Ja, ein bisschen. Ah. Ne. Da war ja nicht. Nice. Und dann, ja. Mega geil. Ja. Ja. Hast du noch welche? Ja ich hab ich noch ja. Lunte. Ja. Brocken auf jeden Fall ne. Dann bauen wir die auch. Dann können wir dann die Kletterwelle von Panda machen. Und jetzt zwei in der Luft. Nice. Sehr schön. So. Können wir mal den kleinen Vulkan da machen. Wenn man so wie die Kletterwelle sucht. Sehr schön. So. Können wir mal den kleinen Vulkan da machen. Wenn man so wie die Kletterwelle sucht. So. 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 Ich versuch mal den Restaufschlag zu machen. Warum hast du so viel gewacht? Und das letzte war der Blitzflash. Die haben ja auch den Flash. Das ist nett. Das sind wahrscheinlich Leuchtthaler oder was? 12 Stück. Ah Meteoriten. Interessant. Dann hau die mal weg. Mach mal einen einzeln und dann alle auf den Schlag. Sehr schlecht. Ich glaube da ist keiner irgendwie. Nö. Noch einer? Was fass. Okay, dann haben wir jetzt hier noch Lufthaler. Von Xplode. Machen eigentlich immer mega fun. Und da würde ich so ein paar. Das ist mal einen so am Stiel. Wie man sie ja eigentlich machen soll. Ein bisschen in den Boden. Aus Versehen ist der Stab abgebrochen. Boah, nice. Alter, die sind saugeil. Auch dieser Schleif. Echt mega krass. Cut 1 Schmeiß jetzt einfach mal so. Den letzten hin. Oh, der hat sich verfangen. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein Cracking. Über einen Vulkan. Ja. Zum Schluss dieser geile Formate Firebird. So, eine perfekte Stelle. Mal beim herfliegen. Haha, nice. Diese Flugbahn, ne? Richtig geiler Firebird. Und ja, dann sehen wir uns in Teil 2. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.